Ich wohne seit 1972 im schönen Dresden und ich liebe diese Stadt, wie man eine Stadt lieben kann. Ich finde immer, Dresden ist wie ein Ölgemälde und es hat noch den Vorteil, dass es einen wunderbaren Rahmen hat. Ich will damit sagen, egal in welche Richtung man fährt, es ist überall schön. Deswegen hat diese Stadt auch einen großartigen Oberbürgermeister verdient. Und ich finde, Dirk Hilpert ist das. Er bringt alles mit. Er hat das nicht als Beruf, sondern er empfindet das als Berufung. Ich begegne ihm im Laufe des Jahres öfter mal und ich merke, er ist mit der Stadt verwachsen. Er erlebt diese Stadt. Er tut alles, damit sie noch attraktiver wird. Ich kenne auch seine Frau, denn es ist eine Kollegin von mir. Sie ist Sängerin in Chemnitz an der Oper. Wir standen schon gemeinsam auf der Bühne und hinter jedem erfolgreichen Mann steht auch eine starke Frau, in dem Fall auch eine kluge Frau. Es ist gut zu wissen, dass unser Oberbürgermeister auch eine bessere Hälfte hat. Ich habe mal vernommen, wie rechte Irrläufer mit Hass-Tiraten ihn übersät haben. Schon das allein wäre ein Grund, ihn zu wählen. Also, was will ich sagen? Wählen Sie doch, was Sie wollen. Ich wähle Dirk Hilpert. Ich wähle Dirk Hilpert.